Willkommen zu einer neuen Runde von Killing Floor 2. Haben wir jetzt lange nicht mehr gespielt. Sehr langsam. Sehr lange nicht mehr. Sehr langsam nicht mehr. Das ist eine neue Map. Z-Landing. Oh, ich habe sehr leise gestellt. Ja, Laufstieg. Ich habe gar nichts gemacht. Ich auch nicht. Ich habe auf dem Gegner zugelaufen. Alter, ich habe sehr leise gestellt. Das könnte ich doch vielleicht ein Tickchen lauter stellen eigentlich. Ja, doch, das stelle ich mal kurz. Die haben den Nahkampf irgendwie geändert in dem Spiel. Der schlägt da irgendwie ganz anderes zu jetzt. Guter Start. Jetzt beendet den Auftrag. So. Hey, was ist denn jetzt los? Oh, Alter, ich kann durch zwei Leute gleichzeitig durchschlagen. Berserk ist lustig. Ich habe noch gar nichts gemacht, Mann. Das ist doch nicht. Berserk ist lustig. Alter, mein Nahkampf ist voll langweilig. Voll langsam. Bum. 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 Oh, einen Zeitducken mit dem Kopf abschlagen. Ja, ich habe es gerade gesehen. Die erste Runde? Kommt schon die? Was ist denn hier los? Aber nächstens werden die Verbündeten jetzt mal angezeigt, das ist auf der Karte. Ach, habe ich schon gesagt, dass es jetzt aus der Beta draußen ist? Ja, das ist das erste Spiel. Ja, von uns her, dass wir das in der, in der Vollversion spielen. Das Spiel ist aus der Beta raus und es ist die Vollversion. Gibt es auch für Playstation 4, falls ihr das noch nicht wusstet. Weil ihr das Spiel gerne spielen würdet. Also schon wieder auf dem Level Aufstieg. Das sind fast alle. Uh, zwei Köpfungen. Huch. Bum. Kommt zu mir. Die Kapsel ist sicher und offen. Gut gemacht. Danke schön. Irgendwie vermisse ich trotzdem die englische Stimme. Ich glaube, die stelle ich mal wieder ein. Ja, ich glaube auch. Die deutsche ist ein bisschen blöd, irgendwie. Wie schaust denn du aus? Sieht cool aus, ja. Sieht nicht schlecht aus. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. So, was habe ich denn? Wieso habe ich Null? Ah ne. Hä? Wieso habe ich Null? Ich habe Null? Selbst geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Hallo. Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Ich habe Null Geld? Wieso habe ich Null Geld? Ich habe keine. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Beeilung. Die Sets kommen näher. Ah, ich habe jetzt auch eine andere Waffe. Habe ich eine Waffe gekauft und echt? Hä? Ich bin schon irgendwie... Naja, egal. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampf, Mesami. Mesami. Die Mucke mal wieder. Die habe ich vermisst, die war geil. Wow, Alter. Ja, Demon Hunter. Da kommen ziemlich viele Runde, aber irgendwie... Die sind alle tot. Hat sie erledigt. Ich gehe anders hin. Alter, ich drück doch die ganze Zeit. Achso, ich habe die falsche Taste gedrückt. Zack. Ihr habt ihnen schön zugesetzt. Aber es sind noch einige. Da, 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 da. Was? Was? Das gibt es doch nicht. Ich hänge hier. Alter. Oh, da kann es sein, dass es schwer ist wie früher. Es war immer sehr schwer das Spiel. Alter, lag mich. Woher kommen die ganzen... Alter, ich bin gleich tot, man. Was? Ich bleibe überall hängen. Die laufen mir alle hinterher, man. Oh, scheiße. Wie sind das viele. Dieser Schwarm ist fast erledigt. Gute Arbeit. Wir können die Händlerkapsel bald wieder öffnen. Brenn nicht, wenn ich da durchlaufe. What the fuck? Äh, wir haben einen verloren. Wir haben verlust. Das ist extrem schwer. Ich habe auch nur noch drei HP. Zwei, eins, bin tot. Äh, äh, Alter. Alter, ich finde es extrem schwer gerade. Um einige schwerer wie früher, man. Das war heftig jetzt. Das war jetzt wirklich heftig. Also ich fand es extrem schwer gerade. Ich war immer so im Single von vier oder fünf Viecher. Und bin immer zurückgelaufen. Plötzlich war da so ein Stein oder so, wo ich hängen geblieben bin. Ach, krass. Kampfausrüstung. Letzte Chance, Leute. Feinde geortet. Ja, Brigade, MP7. Füllen machen wir mal. Füllen. Ja, mache ich nicht. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Oh, die Stimme, die nervt mich ein bisschen. Oh, die Stimme, die nervt mich ein bisschen. Oh, das ist ein bisschen. Oh, die Stimme, die Stimme. Was ist denn mit euch? Oh, die Stimme. Ich fühle mich wie ein Vorhondercraft. der übel dass ich habe das schild schild und strad kolben also ich hoffe das kann ich mir ja gut was hat sich das erleben aber und nein nicht erst tüfen oder kein schlechter anfang das war aber jetzt kommen wir auch noch von hinten weil ich bin schon wieder fast tot ich sehe gerade gar nichts immer die zeitlupe wenn ich sie nicht brauche jedes mal das ist echt was denn was fickt mich denn das oh nein nein wir haben problem was wieso dass diese typen mit der autosäge ja der mit dem autosäge war ja nichts ob na gut komm ich will den headshots drücken weh der hat das gesicht weg weh war das schon immer so und ich glaube ich habe gekillt sehr schön so alle weg ausgebildet das sind fast alle Aber ich benutze jetzt auch mal ein bisschen die Nagelpistole ein bisschen mehr. Du hast Munition aufgenommen, jawoll. Du hast sie mehr weggenommen? Ja, ich dachte schon, ah, da ist nochmal was, yeah. Ah, okay. Eigentlich bräuchtest du meine Ausrüstung, weil du als Ritter noch vergleichst wirst. Ja. Eigentlich schon, ja. Du hast einiges abbekommen. Lass dich verarzten. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. Verlöde, aber scheiße. So. Eine B9. Ist niemand da? Ich glaube, ich nehme eine B90. Ganz ehrlich. Komm, scheiß drauf. Füllen. Setz geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. So. Aber ich habe ziemlich viel Geld in mir. Ja, das glaube ich auch, dass man irgendwie mehr Geld verdienen kann. Kann das sein. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Aber die Karte gefällt mir eigentlich, die ist schön hell und mal ein bisschen was anders. Hell vor allem, ja. Oh, da liegt schon was. Ich bin bereit. Töte oder werde getötet. Na, ich komme lieber zu euch wieder ein bisschen. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Da hinten kommen sie. Ach. Jetzt wieder mit dem Nachladen. Guter Start. Jetzt beendet den Auftrag. Ja. Danke. Oh, da kommt schon was fettes. Lol. Oh. 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 Was war das denn? Oh. Das ist voll die unsichtbare, Mann. Die blöde Schlacht. Und dann noch eine unsichtbare. Oh. Oh. Gut. Weh. Ich glaube. Weh. Da fliegt voll. Augapfel. Das ist ekelhaft. Lol. Flashpoint. Alter. Ich sehe hier gerade nichts. Oh. Alter. Hm. Alles schon blutig. Da ist Lava. Fängt man an. Fliegt man da Leben? Oh. Fliegt man nicht. Im Lagerfallit fliegt man auch kein Leben. Was rennt der bei mir vorbei? Was ist denn das für ein Spaß? Was denn das für ein Spaß ist? Aua. Ja. Da kommen wir ehrlich nach oben, richtig viele! Wieso bin ich tot? Ja. Echt? Es ist ja irgendwie schwerer. Es ist irgendwie schwerer geworden. Kann es sein? Oder ist das die Map? Hm. ich weiß es nicht wir spielen aber auch auf normal so naja vielleicht haben wir es nur leichter in der runde ja oh gott heute ich brauche hilfe findet ihr hinter mir auch noch ja der ist auch sehr schön jeder mit der p90 kommt die gerade unter mir das letzte kaufstunde schuf ach wir haben kurze runde genommen ja 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 das hast du das erlauben wo man kein leben verliert aber das noch mal muni die nämlich mit da liegt auch noch irgendwas du blöder spaß ich habe mir nicht die waffe nehmen sollen ist schön dass du wieder zurück bist danke nicht füllen füllen das ist gut ich habe kein geld mehr jetzt füllen ich habe über 2000 mann kannst du mir ein bisschen geld geben haufen füllen wenn du alles hast kannst du mir ein bisschen geld vielleicht geben ja klar wie geht es mit b war es glaube ich mit b wo bist du auch genau danke passt auch guck der andere gibt ja noch mal geld danke 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 irgendjemand hat sich umgebracht glaube ich wir sind nur noch zu viert anstatt zu fünft ja hier liegt irgendwie eine Waffe nein ein easter egg ich hab ein easter egg gefunden schau mal her wo bist du kennst du den film ähm den einen film wo er mit dem ball spricht ne heftig man das ausgesetzt in der wildnis ne ja das von fedex ne ja der typ ist von fedex und dann fliegt ein fedex flugzeug mit und stürzt ab und dann ist er auf einer einsamen insel und dann spricht er die ganze zeit mit diesen das ist dieser ball und drüben der flugzeug was abgestürzt ist ne da steht z x ne also die z und x anstatt fedex voll geil 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 wenn du auf den äh kopf geschossen hättest du das so ein sammelstück hinbekommen irgendwie ich hab da drauf geschossen machen oh alter ne ne nicht giftiges zeug gleich mal muni holen gleich mal muni holen oh gott aber da kommt kleine mistviecher ach nee es hat dann ausgesorgt ja aber dann musst du drauf schießen weil dann geht es relativ schnell weg glaube ich das kundig selbst sein und schafft man diesmal wir sind dabei die das diesmal schaffen was nur vvvvvvvvvvv lol oh shit der hat mich mega getroffen mit dem scheiß miss gift da hinten liegt muni das ist gut oh ne scheiße wir haben ihn verloren jetzt schon da ist noch einer gleich wieder tot ich muss so oft nachladen mit der scheiße mit der kackwaffe hier nein nicht auf mich schießen bitte nein nicht auf mich schießen bitte wo ist der blöde spaß da wenn du Zeit hast kannst du mal jemanden anderen heilen das bringt dem bisschen mehr oh shit der verfolgt mich grad und ich kann mich grad selber nicht heilen ich sehe dich oh gott oh shit okay es ist in mir her ich bin gleich tot okay nochmal heilen dann krieg ich wieder ein bisschen leben muss nachladen oh alter was war das denn jetzt der hält aber auch viel aus komisch weise jetzt nein nicht auf mich ach Mist oh nein schon wieder jemand tot alter das gibt's ja nicht ja ich hab nur noch 4 hp ja ich bin nicht mal der gegner hat mich gekillt also der boss ach man oh shit ich glaub schon den boss hab ich den falschen die meine Fresse überlebende ja toll und ich kämpfe grad gegen die kleinen Mistviecher hier wo ist denn der spaß ja der hat noch ein drittel leben gar nicht machbar oder ich glaub wir hatten dafür alle die falsche klasse ihr habt nicht einmal lange genug gelebt damit ich an euch experimentieren kann warum stört ihr mich na wir waren halt alle ziemlich niedrig levelig ja gut ich glaub wir hatten einfach die falsche klasse ganz ehrlich wir haben alle mit dem Maschinengewehre ich war Berserker Meister der Medizin mhm oh Gott was ich hab 81 Kills mit Pistole leckumio naja das war eigentlich schon die neue Map von Killingfloor 2 und ähm würde ich mich direkt bedanken fürs zuschauen und irgendwann mal bis zur nächsten Folge von Killingfloor 2 ja danke fürs anschauen ciao 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 ciao